Nachgedanke Die Isopanishad ist ein vedisches Grundlagenwerk und vermittelt spirituelles Wissen unabhängig einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Überzeugung. Das Nachfolgende ist ein kleiner Artikel, welcher im Januar 2013 entstanden ist. Er vermag die Lehre der Isopanishad psychologisch zu verorten, wie man diese Weisheit verstehen kann. Die 10 Gebote Für viele Menschen gelten die 10 Gebote als ethische Grundlagen unserer Kultur. Aber wenn wir diese Gebote einmal genau betrachten, erkennen wir, dass da fragwürdige Werte, aus denen wir herausgewachsen sind, vertreten werden. Gleich an deren Anfang steht eine bedenkliche Verhaltensrichtlinie, die bei uns sogar gegen das Gesetz der Religionsfreiheit verstößt. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. In Klammer Punkt, Punkt, Punkt Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir fein sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Exodus 20, 3, ff Das ist eine Aufforderung zum Religionszwang und zur Zippenschaft. In unserer Verfassung gibt es die Weltanschauungsfreiheit, offensichtlich eine Errungenschaft, welche noch sehr weit von den biblischen Freiheitsvorstellungen entfernt liegt. Das bedeutet, dass für ein Verfehlen meinerseits auch die noch ungeborenen Kinder und ihre Kinder usw. von Gott verfolgt würden. Das übertrifft die Gesetzesübergehungen, selbst der größten Tyrannen auf Erden. Im zehnten Gebot werden Frauen mit Sklaven, Tieren und sonstigen in Anführungszeichen Besitztümern in eine Reihe gestellt. Exodus 20, 17 Gerade nach dem fünften Gebot, Du sollst nicht töten, gibt Jahwe folgende präzisierende Anweisung. Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Wir wissen, was diese Aussage in unserer Geschichte bewirkt hat. Jeder, der mit einem Tier verkehrt, soll mit dem Tod bestraft werden. Wer einer Gottheit außer Jahwe Schlachtopfer darbringt, an dem soll die Vernichtungsweihe vollstreckt werden. Exodus 22, 17-19 Man findet in der Bibel weit mehr Tötungsgebote als Verbote. Ausgerottet werden sollen nicht nur Mörder und Räuber, sondern auch diejenigen, die homosexuellen Verkehr haben, die Ehebruch begehen oder Sex mit einer Frau während ihrer Periode haben. Todgewalt sind auch diejenigen, die Gott lästern, ihre Eltern verfluchen, Arbeiten am Sabbat verrichten, Männer, die nicht beschnitten sind oder solche, die falsche Nahrung zu sich nehmen oder die falsche, in Klammer nur für Priester bestimmte, Salbe gebrauchen. Die Todesstrafe, die wir in unserer Welt mittlerweile als inhuman empfinden, ist ein ganz selbstverständlicher Wert des Alten Testaments. Wer die in Anführungszeichen heiligen Texte der Religionen unvoreingenommen analysiert, kommt zu dem Ergebnis, dass diese insgesamt weit unter dem ethischen Mindeststandard jeder halbwegs zivilisierten Gesellschaft stehen. Aufgrund von Traditionsblindheit hält man solche Gebote für ethische Richtlinien. Dies gilt nicht nur für die in diesen Texten enthaltenen göttlichen Gebote und Verbote, beispielsweise die Forderung der Todesstrafe für homosexuelle Handlungen oder Glaubensabfall in den Quelltexten des Judentums, Christentums und des Islam, sondern auch für das dort angeblich dokumentierte Verhalten der vermeintlich obersten moralischen Autorität, Gott. Man denke nur an die völlige Auslöschung von Sodom und Gomorra, den weltweiten Genozid an Menschen und Tieren im Zuge der sogenannten Sinnflut oder aber an die für Christen und Muslime verbindende Androhung ewiger Höllenqual, gegen die jede ungerechte irische und damit endliche Strafmaße verblasst. Das Himmelsreich ist nur für eine kleine Schar von Gläubigen zugänglich. Matthäus 22,14 Dem überwiegenden Teil der Menschheit steht ein jenseitiges Auschwitz für den Rest der Ewigkeit in Aussicht. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben. Sie werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt, Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Matthäus 13,41-43 Ich bin mir dessen bewusst, dass es immer zwei Arten gibt, einen heiligen Text zu lesen. Die fundamentalistische Haltung, die eigentlich ein Ausdruck geistiger Faulheit ist. Sie möchte die Stabilisierung eigener Sicherheit und stellt ein Unterlassen der Eigenreflexion dar. Aber Mythengläubige tun dies. Menschen des inneren Weges geben sich nicht zufrieden mit der oberflächlichen Bedeutung dessen, was gelehrt wird. Sie verstehen es als einen Hinweis auf eine verborgene Bedeutung. Es reicht dann nicht mehr, einfach ein Gebot zu hören, Du sollst nicht Ehe brechen und auf simple Weise zu verstehen. Für den Mystiker ist etwas anderes gemeint, als einfach nur die Treue zum Ehepartner. Für den, der die Welt nach innen holt und die Vorgänge der äußeren Welt symbolisch versteht, ergeben sich ganz neue und frische, umfassendere Erkenntnisse. Da ein Großteil der Menschen aber an der buchstäblichen Bedeutung kleben bleibt, ist es auch wichtig, diese in Frage zu stellen. Umgekehrt findet man in den Zehn Geboten natürlich keine unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte, Kein Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, keine Gleichberechtigung von Mann und Frau, keine Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses und schon gar keine Gewährung von Meinungs-, Presse-, Kunst- und Forschungsfreiheit. Diese Grundrechte sind im Kanon der Zehn Gebote nicht nur nicht enthalten, sie stehen vielmehr in einem unaufhebbaren Widerspruch zur gesamten Ausrichtung der Bibel. Historisch betrachtet ist das verständlich. Denn wie auch hätten die Menschen, die vor vielen, vielen Jahrhunderten die Heiligen Schriften verfassten, Grundrechte formulieren können, die erst auf einer sehr viel späteren Stufe der kulturellen Evolution entwickelt werden konnten. Es wäre in der Tat ein Wunder gewesen, hätte Moses beim legendären Abstieg vom Berg Sinai statt der Zehn Gebote die allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Gepäck gehabt. Etwas derartiges ist in der gesamten Religionsgeschichte jedoch nicht vorgekommen. Vielmehr bestätigte sich immer wieder eine der grundlegenden Erkenntnisse der Religionssoziologie. Die Götter und ihre jeweiligen Gebote waren stets nur exakt so klug bzw. exakt so beschränkt wie die Menschen, die in dem jeweiligen historischen Kontext gelebt haben. Die moralischen Werte scheinen unabhängig von den zeitlosen Wahrheiten eines Gottesbezugs sehr an die historischen Beschränktheiten gebunden zu sein. Die Zehn Gebote und die Gebote der Religionen stellen einen Ethnozentrismus dar, der geholfen hat, den starken Egozentrismus zu überwinden. Die großen religiösen Traditionen, die wir auf diesem Planeten finden, leiten die Menschen in dem historischen Kontext von der Egozentrik zur Ethnozentrik. Durch sie wurden Menschen auf eine moralische Verhaltensweise hingewiesen, die in dieser Zeit wichtig war, aber zum Großteil heute überholt ist und nun auch als rückständig gilt. Auch in den heiligen Texten Indiens findet man Verhaltensweisen beschrieben, die in der mittelalterlichen Dorfkultur Indiens sicherlich gemäß waren, aber grotesk und sehr fragwürdig wirken, wenn man sie in unsere Zeit übertragen würde. Srila Prabhupada, ein ganz großer Lehrer der Bhakti-Tradition, proklamiert, dass Mädchen nicht in die Schule gehen müssen, sondern dass sie einfach lernen sollen, wie man den Boden fegt, näht, putzt, kocht und treu zum Ehemann ist. Conversation, 29. April 1977 Der Inhalt der Bhakti-Lehre, die er lehrt, ist berührend und ewig aktuell, da sie unser Innerstes, die Seele, anspricht. Aber an der kulturellen Verpackung, in welcher sie erscheint und vermittelt wird, hängen noch Weltanschauungen, die offensichtlich nicht aus der Transzendenz stammen, sondern aus mittelalterlichen Gesellschaftsstrukturen. Das heißt, zusätzlich zur Aufnahme der ewigen Inhalte einer heiligen Offenbarung bedarf es der Bewusstseinsentwicklung, wie man diese versteht und anwendet. Man kann die gleiche spirituelle Lehre in ganz unterschiedlichen Kontexten aufnehmen und dabei gänzlich verschiedene Werte des Umgangs mit anderen leben. Der Gehalt der Spiritualität ist bleibend von Wert. Allerdings mag die kulturelle Schale darum herum unter Umständen nicht nur nicht ansprechen, sondern eher abstoßend wirken. Auf dem inneren Weg bedarf es einer genauen Prüfung, diese beiden nicht im Duo-Pack zu konsumieren und eine scharfe Trennung vorzunehmen, wenn überholte kulturelle Wertsysteme noch daran kleben. Die Offenbarungstraditionen waren erfolgreich, den Menschen aus einer rein egoistischen Haltung in das Wir der Dorfkultur zu begleiten, in das Wir der jeweiligen Konformität im sozialen Austausch. Von dort aber sind weitere Entwicklungsschritte notwendig, von der in Anführungszeichen auserwählten ägyptischen, israelitischen oder vedischen Kultur zu einer Weltbürgerschaft, wo kulturelle Unterschiedlichkeiten bestehen bleiben, aber einer unspannenderen Perspektive untergeordnet sind. Diogenes von Sinope antwortete auf die Frage, woher er komme, mit er sei ein Weltenbürger, Kosmo-Polit. Weltbürgertum ist eine transnationale Verbundenheit, eine allumfassende Menschheitskultur. Als Grundlage der Menschenrechte ist die Idee davon indirekt in die Verfassung der modernen Demokratien eingegangen. Dann wird die Welt zu einem Dorf, in dem ein jeder Erdenbewohner zu Hause ist. Die Welt ist eine große Familie, alle Menschen sind einander Schwestern und Brüder. Weltenbürger zu sein, ist noch immer eine Fehleinschätzung des Ich-Gefühls, da es noch immer eine Identifikation mit der Außenwelt darstellt, allerdings eine, die die darunterliegende Zusammengehörigkeit alles Lebendigen durchscheinen lässt. Die Ausweitung des Kosmo-Politismus aus der Weltidentifikation hinaus führt zu einem Seelenverständnis einer Allverbundenheit, die unterhalb aller Formen und Gestalten existiert. Diese wiederum stellt die Grundlage dar für die theozentrische Weltschau. Es folgt eine Tabelle von oben nach unten. Aufgrund der Konstellation, dass das kulturelle Umfeld der Offenbarungsreligionen bei der ethnozentrischen Weltschau stehen geblieben ist, sind sie heute konservative Kräfte. Sie schaffen keine neuen Werte für Gegenwart und Zukunft, sondern sind kulturelle Zeitmaschinen, die überholte Vorstellungen vergangener Epochen in die heutige Zeit zu transportieren versuchen. Dies erklärt auch, warum ein Großteil der Werte, die den modernen Rechtsstaat konstruieren und auch die Menschenrechte, keineswegs dem Christentum entstammen, sondern vielmehr in einem jahrhundertewährenden Emanzipationskampf gegen den Widerstand des organisierten Christentums erstritten werden mussten. Gleich welche Aspekte des modernen Rechtsstaats wir auch fokussieren, ob Demokratie, Gewaltenteilung, ob die Freiheit der Meinungsäußerung, die Frage der religiösen Selbstbestimmung oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Der amerikanische Psychologe Love Race Kohlberg hat eine Stufenlehre einer moralischen Entwicklung geprägt, die innerlich vollzogen werden soll, damit der Blick auf die reine spirituelle Lehre offen bleiben kann. Je ausgeprägter der Mangel an Authentizität beim Verfolgen seiner eigensten Lebensspur ist, desto zwingender und regrider ist sein Kompensationsverhalten für sein innerstes Gefühl von Unsicherheit. Er wird äußere Autorität überbetonen müssen, weil ihm eigene Ausrichtung fehlt. Man befolgt Regeln, um Strafe zu vermeiden. Eine Handlung ist einzig deshalb unerwünscht und verwerfenswert, weil man in Zukunft eine Bestrafung dafür bekommt. Das Kriterium, dass eine Handlung richtig ist, wird nur am persönlichen Gewinn und der Belohnung dafür bemessen. Durch moralisches Handeln kann man Strafe von Autoritäten umgehen. Wäre nichts die strafende Autorität, würde man durchaus nicht auf diese Weise handeln. Es ist eine fremdbestimmte Moral. Sie agiert in der Lust-Schmerz-Orientierung. Es ist ein egozentrischer Gesichtspunkt. Der Handelnde berücksichtigt und erkennt die Interessen anderer nicht. B. Instrumentelle Orientierung Man befolgt Regeln, um persönliche Vorteile zu erzielen und den unmittelbaren Eigeninteressen zu dienen. Man kam zur Einsicht, dass die verschiedensten individuellen Interessen miteinander in Konflikt liegen, sodass Gerechtigkeit relativ ist. Der Fokus ist auf den persönlichen Gewinn gerichtet und nicht darauf, ob die Handlung moralisch richtig oder verwerfenswert ist. Menschliche Beziehungen werden vergleichbar mit der Austauschbeziehung des Marktes verstanden. Du und Des Gerecht ist, was fair ist, im Sinne eines Handelsabkommens. Da der Eigennutz im Vordergrund steht, wird bei Enttäuschung oder Zorn das Rache-Prinzip aktiv. In der Volksreligiösität geht es primär um diese Marktorientierung. Die Religion ist gut, wenn sie materielle Vorteile bringt. In Klammer Kalvinismus Ebene 2 Konventionelle Moral In Klammer der Rajas Handlungsimpuls Hier tritt ein Sinn ein, welcher das Zusammenleben regelt. A. Orientierung gemäß Übereinstimmung Man erkennt den anderen und möchte den Erwartungen der Bezugsperson und Autoritäten entsprechen. Wird man den Erwartungen nicht gerecht, entstehen Schuldgefühle. Wir suchen Anerkennung, Billigung und die Gutheißung der Gesellschaft um uns herum. Die Erwartungen und Überzeugungen der Menschen im eigenen Umfeld In Klammer Familie, ethische Gruppe, Institution, Nation und so weiter Regeln das Verhalten Gut ist, was die Gruppe für richtig befindet. Der Grund, das Rechte zu tun, ist das Verlangen, in den Augen von anderen als guter Mensch zu erscheinen. Das ist gefährlich, dass so viel gerechtfertigte Gewalt daraus entsprungen ist. Was immer die Gruppe ablehnt, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, wird als falsch erachtet. Ein guter Bürger, eine in der Gruppe anerkannte Person zu sein, ist die Ausgangslage für moralische Entscheidungen. Konformes Handeln schenkt Anerkennung. B. Orientierung an Gesetz und Ordnung Man hat die grundlegenden Verhaltensregeln so verinnerlicht, dass man sie aus eigenem Antrieb für richtig befindet. Man hat soziales Gewissen. Der Hauptfokus ist es, die Regeln des gegebenen Systems zu befolgen, um das Recht und die Ordnung aufrecht zu erhalten. Man erkennt die Wichtigkeit verbindlicher Verhaltensnormen für das Funktionieren der Gesellschaft. Hier werden Verhaltensdirektiven nicht nur von den Bezugspersonen angenommen, sondern man akzeptiert allgemein gültige Regeln. Der Grund, das Rechte zu tun, ist das Funktionieren des sozialen Körpers zu gewährleisten und den Zusammenbruch des Systems zu vermeiden. Gegen die Konvention zu verstoßen, bringt Unannehmlichkeit und Zurückweisung. Das Gewissen dieser Stufe rät, in der Herde zu bleiben. Ebene 3 Postkonventionelle Ebene Der Satwa Handlungsimpuls A. Orientierung im Inneren verankert Hier funktioniert ein Miteinander zwischen einem sozialen Kontrakt, in Klammer der sozialen Nützlichkeit, und des individuellen Rechts. Die Urteilskraft basiert gemäß eines inneren Empfindens von richtig und falsch. Das bedarf einer kritischen Beurteilung der Situation. Man fühlt sich seiner Anschauung verpflichtet. Es sind nun nicht mehr Konventionen und Berechnungen, was man im Außen erhalten könnte, welche zur Entscheidung führen, sondern die Würde zu errungenen Grund werden. Normen werden hinterfragt und nur noch als verbindlich betrachtet, wenn sie gut begründet sind und noch sinnvoll sind. Ansonsten werden sie aufgegeben. B. Orientierung am universalen Prinzip Die Entscheidungsfähigkeit basiert auf integrierten universellen Prinzipien, welche in einem verwurzelt sind. Es geht einem viel mehr um den Geist des Gesetzes als um die Buchstabentreue. Hier orientiert man sich nicht mehr an gesellschaftlichen Nutzerwägungen, sondern an höheren Prinzipien. In Klammer Das Prinzip der gleichen Berücksichtigung gleichrangiger Interessen, universelle Geschwisterlichkeit, die nicht nur die eigene Spezies berücksichtigt, sondern Gottverbundenheit mit der gesamten Schöpfung. Der Anstoß zu richtigem Handeln kommt nicht mehr von außen, sondern aus seinem Innersten und der Grund, richtig zu handeln, ist nicht mehr an einen eigenen Nutzen gebunden. Man tut das Richtige auch, wenn es persönliche Nachteile bringen würde. Das richtige Handeln wird ergründet anhand des Einklanges mit eigenen Einsichten und universalen Prinzipien. Da postkonventionelles Denken auch wieder zur leichtgläubig übernommenen Konvention werden kann, bedarf es einer ständigen kritischen Überprüfung dessen. Dies ist eine Entwicklung von einer egozentrischen über eine ethnozentrische hin zu einer theozentrischen Perspektive. Dabei erlernt man, Normen auch religiöser Art zu hinterfragen. Es ist eine Entwicklung von persönlichen Antrieben, von der Angst, persönliche Bereicherung, Ansehen hin zur selbstlosen Handlungsbegründung, die keinen Zweck mehr verfolgt. Die religiöse Moral ist zumeist eine Mixtur aus präkonventionellem und konventionellem Moralverständnis. Gott droht den Menschen, sie zu bestrafen, wenn sie seine Gebote überschreiten oder garantiert ihnen seinen Segen, wenn sie sich an die Gebote halten. Präkonventionell. Gleichzeitig versucht man, ein guter Gläubiger zu werden und hat Gewissensbisse, in Klammer Schuld, wenn man eine Glaubensregel übertritt. Die Brahmanen und Priester behaupten, dass die Einhaltung der Gebote und Verbote notwendig sei, um Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten, in Klammer konventionell. Diese beiden Ansätze suchen nicht nach neuen Lösungen für ethische Konflikte, in Klammer postkonventionell, sondern berufen sich auf alte Traditionen, die angeblich heilig, also unantastbar sind. Wahrscheinlich ist das Stehenbleiben bei der vierten Stufe der Moralentwicklung sogar die Grundvoraussetzung, um überhaupt einen Rang in religiösen Institutionen einzunehmen. Für ein aufgeklärtes Gottesbewusstsein, das auch in unserer modernen Welt noch verstanden werden möchte, bedarf es neue Ansätze im Sinne der sechsten Stufe der kolbergerischen Entwicklungspyramide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017